Dennis, sag mal was du da machst. Ich schneide Kartoffeln, Nadine. Das ist nicht beeindruckend. Guck mal, da nimmt man eine Kartoffel, legt die hin und dann drückt man das Messer da durch und dann kann man die so klein schnippeln. Kannst du da mal zoomen? Ja, ja, ja. Ich lass da auch was von der Haut dran, dann schmeckt das hinterher besser. Dann kommt das dabei, dann rührst du das und dann kommt das noch da drauf. Wolltest du das mal probieren? Geh mal, da kannst du mal so mit dem Finger, da kannst du mal probieren. Mh.